Meine aktuelle Verfassung ist sehr gut. Wir waren drei, vier Wochen in Zinovic. Wir haben da sehr hart trainiert, sehr viel Kondition, Kraft, Boxschule und jetzt kommt eine spezielle Phase. Jetzt fahren wir nach Kimbaum, werden wir uns auf Sparing konzentrieren, viel Sparing machen und natürlich auch viele Läufe. Also ich fühle mich sehr gut. Ich bin sehr gut drauf. Sparing macht mir mehr Spaß als zehn Kilometer laufen. Ich bin ehrlich, weil ich mag nicht diese zehn Kilometer auf Zeit laufen. Aber Sparing mache ich sehr gerne, weil das macht mir Spaß. Deswegen bin ich auch dafür zum Boxen gegangen. Natürlich, ich schätze ihn sehr gut, weil man darf seinen Gegner nicht unterschätzen, egal ob er Weltmeister ist oder kein Weltmeister. Aber wenn man Weltmeister ist, ist es noch besser. Darf man den Gegner nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Und mein Tipp ist, ein Sieg für uns. Sonst brauche ich nicht in der Ding reingehen. Ich freue mich auf jeden Fan, der dabei ist und mich unterstützt. Und ich grüße auch natürlich an die Fans, die mich nicht unterstützen wollen. Trotzdem schöne Grüße.